Du endlich! Was ist los? Wer baut so'n scheiß Haus, alter? Ich Messer-Srop, Messer-Srop, Messer-Roch-Srop! Boah, es labert uns für ein Reiß! Was ist das für ein Reiß? 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 Der redet denn mit dir? Nein, ich glaub's doch nicht. Der ist im Röchelwahn. Achso, ich hab mein Mikro ausgehabt. Scheiße! Ich quatsche und quatsche! Mir die Seele fußlich! Das Maul wund... Aua! Verrückte im Haus! Danke dafür! So! Ja, noch einen, weil's ja schön war! Komm, jetzt stirbst du endlich! Was ist los? Wir wollen raus, keine Ahnung! Wir spülen wieder auf die Eine und nicht sterben! Haben wir auch ein Medikit irgendwo? Nö! Na dann, weiter geht's! Äh... Wer baut so'n scheiß Haus, alter? Hahahaha! Äh, gehen wir da noch, oder? Ja! Wann den noch auf der Karte? Ja! Oh! Oh! Da ist ein... Meerjungfraumann im Wasser! Hm? Oder ist noch einer? Scheiße! Die sind schnell! Ja! Oh, hier! Guck mal da! Soll ich's mal... Oh, da ist schon sprudelig erworben! Was knallst du denn ab? Oh! Boah, hier! Scheiße! Da kommen sie an, voller Hass! Na dann! Auf geht's! Was geht? Boah! Ja! Das Linke oder das vor uns? Ja! Das Linke ist, glaub ich, näher, hm? Kriegt seinen fetten Arsch hier nicht drüber Oh Bin ich noch ein bisschen Ich treff wieder Ich guck mal kurz nach Medikit Nimm das Was sinds Nein Jetzt da hinten rechts Schlachter verbrannt So dann müsste die Spinne doch bestimmt hier sein Oder? Wir müssen nur ein Stück laufen Ey, ordentliches Stück Medikit, hallo Scheiße Ich höre irgendwie ne Spritze dabei oder sowas Was ist das für ne Spritze? Geht da hinten ab Ja, geht mit Spritze Na ganz viel Danke Ne, wer ehrlich ist das Anschutzwort Da hinten gehts gerade ein bisschen ab Die sind an der Spinne dran, meinst du? Ja, ich hab gerade zwei Feuerbomben gezogen Ja, dann haben sie wenigstens schon weggeschmissen Dann können wir sie nicht mehr abkriegen Ja, so die sind Ah, da ist noch ein Stopp Da läuft einer, das kann noch nicht mehr aufhauen Ja, da war ziemlich schnell Auf dem Dach links siehst du die Fliegenschlampe Aha Aber die kann man nicht abschießen Da wird er hellhörig Willst du? Das hindert ja Immer mit Deckung, dann machen wir schnell den Dicken zurück Ja Komm mal rein Vorsicht Oh, Fliegenschlampe hinter dir Oh, F**k Fliegenschlampe, Fliegenschlampe Ich knall sie ab Oder ne, was? Ich Messersop, Messersop 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 Was lauter ist für ein Reis Es, es, äh, 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 äh Wieso jebt dass ich die Spritzer nicht alter? Hallo Ich bin tot Ja Ich komme doch Äh, 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 äh Ich will meine Zucke zuzuhören, sie ist echt ärmer Ey du hast du ne, ne, ne Alter Oh, komm Da hast du schon Gift Spritze und wenn du verkliftet bist, kannst du sie nicht nehmen. Oh, da ist der Iran dahinten. Ja, ich brauch ein Mini-Klitz. Ich schleich mich an. Ich hau dem eine Brandbommel in die Hütte. Das ist nur so kracht. Ah, die sind auf der anderen Seite. Ah, jetzt hast du uns verraten. Einer auf der anderen Seite. Vorsichtig. Siehst du ihn? Ich bin tot. Da, wo ich bin, auf der anderen Seite. Ich Idiot, hab keine Brandbommel geschmissen, sondern hab geschossen. Nein! Tuck! Das ist doch nett. Das wird überkriegen.